Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Halt ihn warm Ich schille also in die zwei Striche, habe die segensreiche Darbietung von, das ist Der Kreiz, das bist du Ja von mir Schönen Besuch für sie Dankeschön Guten Tag Gute Besserung Er hat die segensreiche Darbietung von uns mit Dankbarkeit zur Kenntnis genommen und wieder die zwei Strickstriche Ich, also er, hofft seit her Wiederholung Scheiße, Dreiecke Das ist ein Code Man bräuchte mehrere Briefe, um ihn zuverlässig zu entschlüsseln Was Problem, kommen ja täglich zwei davon Ich versuche mir mal die Zeichen zu merken bis zur nächsten Nachricht Aber vielleicht haben die Fräulein und Töchter den Code dann schon wieder modifiziert Ach, was ist denn das für ein Sinn? Meine Opa sind jetzt hier alle durchgetrennt Die Hitze vielleicht, Madame, die Hitze Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht Oh, und Ach Zeig mal Herr Schiller Schiller würde gern mit beiden Händen gleichzeitig schreiben, wenn er Caroline und Charlotte zweimal täglich jeweils mit einem eigenen Brief beschenkt Er ist sehr darauf gedacht, nur keine Konkurrenz zwischen den Schwestern zu entfachen Also schickt er beiden stets den gleichen Wortlaut Er schreibt ihnen, dass sie sich einen recht schwächlichen Erdensohn auserwählt hätten, dessen Gesundheit vor allem in Frühling und Herbst schwersten Attacken ausgesetzt sei Er schreibt, dass das Wasser, das Element der Flussgöttinnen, ihm von nun an ärztlich verboten worden sei Aber er könne ja ohnehin nicht filmen, wie sie gesehen hätten Lieber, zwei Schrägstriche Die Aufführung wurde damals verschoben Die Darsteller Jetzt kommt ein Kreis und ein Dreieck Das sind wir beide Suchten daraufhin einen anderen Ort zur Wiederaufführung Und hier sind wir Hier haben wir die Klische und der Wiederaufführung Und hier gehen wir die Eierluft nachzahlen Und hier haben wir die Eierluft nachzahlen Und hier sehen wir die Eierluft nachzahlen Und hier kommt einander Wir können die Zuschauer, die Eierluft nachzahlen Aber das war die Gerichte Und hier werden wir bei uns Und hier werden wir die Eierluft nachzahlen